Jahr für Jahr verliebe ich mich immer stärker in den Fußball, aber Jahr für Jahr gucke ich immer weniger Fußball und verliere immer das Interesse, Fußballspiele live im Fernseher anzugucken. Als kleiner Schulbob habe ich es gefeiert, wenn irgendwo Fußball lief und es war mir damals egal, wer spielte. Ob Barcelona gegen Real Madrid im Champions League Halbfinale oder ob es nur ein Spiel zwischen Lincoln Red Imps oder den FC Europa in der Gibraltarischen Fußballliga war, damals habe ich wirklich alles geguckt. Heute aber habe ich irgendwie die Schnauze voll vom Fußball, nicht weil die nationalen Ligen immer langweiliger werden oder die fragwürdigen Commerzvereine langsam den Fußball übernehmen, sondern weil es gefühlt kaum noch fußballfreie Zeit gibt. Vor allem während der Saison gibt es jeden Tag ein wichtiges Fußballspiel nacheinander. Ein neues Turnier hier, ein neues Abo da, die Anstoßzeiten werden immer beschissener und es nervt. Auch für die Profis ist es langsam eine Belastung, dass sie jeden zweiten Tag für 90 Minuten auf dem Platz stehen müssen und für ein Turnier, das unrelevanter ist als der SV Sandhausen. Ich zähle euch mal Wettbewerbe auf, die es damals gab, als ich aufgewachsen bin. Da hätten wir die nationalen Ligen natürlich und der nationale Pokal, dann noch die internationalen Wettbewerbe Champions League, Europa League, dann die Wettbewerbe, die immer jährlich am Anfang kurz da sind, wie die kleine Club-WM oder alle vier Jahre eine Europameisterschaft, eine Weltmeisterschaft oder der FIFA-Konferenz-Pokal. Wenn man auch die zwei Super-Pokale wegrechnet oder Sachen wie die Copa America, Gold Cup, Afrika Cup oder UEFA-Regionen-Pokal, dann kommen wir auf insgesamt fünf Wettbewerbe, die jährlich stattfinden und drei, die alle paar Jahre stattfinden. Wenn wir uns aber die Menge an Wettbewerben und Events von heute an gucken, dann merkt man, wie sich die Anzahl erhöht hat. Neu dazu kam die UEFA Nations League, UEFA Conference League, dann gibt es noch in England noch zwei weitere Pokale, die Europameisterschaft wurde aufgestockt, genauso wie die Fußball-Club-WM und demnächst auch die FIFA-Fußball-WM. Ganz ehrlich, das ist mir alles zu viel Fußball und man braucht gleichzeitig auch noch gefühlt für jedes Turnier drei, vier unterschiedliche Abos bei zwei, drei unterschiedlichen Seiten. Das nervt, früher war alles besser, oder? Im heutigen Video zeige ich euch sechs ehemalige Fußballturniere, die es tatsächlich mal gegeben hat. Nummer 6, Bundespokal. Der Bundespokal, bis 1918 auch der Kronprinzenpokal bekannt, war ein deutscher Fußballwettbewerb, bei dem die Fußballauswahlmannschaften der Regionalverbände des Deutschen Fußballbundes, DFB, im Pokalmodus gegeneinander antreten. Damals hießen die Teilnehmer noch Norddeutschland, Süddeutschland, Preußen oder Mitteldeutschland. Würde man aber das Turnier in die heutige Zeit stecken, wäre es eine Art Bundesländerpokal mit Teams wie Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Bayern, Sachsen oder das Saarland. Ein Wettbewerb, den sich sicherlich viele wünschen würden. Aber kommen wir nochmal zurück zum Bundespokal. Nachdem sich die Regionalverbände auf Druck der Nazis 1933 aufgelöst hatten, wurde noch im selben Jahr erstmals der Reichsbundpokal organisiert, an dem die Repräsentativmannschaften der NSRL, der Nationalsozialistische Reichsbundes für Leibesübungen, teilnahmen. Während der Nazizeit wurde das Turnier mehrmals umbenannt. Anfangs hieß es ja Kronenprinzenpokal und Bundespokal, dann deutsches Turn- und Sportfest, Reichsbundespokal, Kampfspielpokal und zu guter Letzt Adolf-Hitler-Pokal. Der sehr beliebte Adolf-Hitler-Pokal wurde aufgrund des Krieges 1942 eingestellt. Ein paar Jahre später, paar Jahre nach dem Krieg gab es wieder so einen ähnlichen Pokal. In der Saison 1949-50 veranstaltete der DFB den Länderpokal. Wobei in jener Saison zum ersten und letzten Mal Profispieler spielberechtigt waren und auch Bundesländer aus der DDR teilnehmen durften. Ab 1950-51 wurde der Wettbewerb als Amateur-Länderpokal vom DFB zwischen den einzelnen Bundesländern ausgetragen. Der DFB versuchte mehrmals den einstigen Bundespokal noch einmal wieder zu beleben, jedoch fand der DFB-Regionalpokal kaum Publikums- und Medieninteresse und wurde eingestampft. Und natürlich weiß ich, was ihr jetzt sehen wollt. Hier ist die ewige Siegerliste des Turniers. Nummer 5. UEFA InterToto Cup Die UEFA InterToto Cup oder auch als UE Cup bezeichnet, war ein europäischer Fußballwettbewerb für Vereine, welcher ab 1967 ausgetragen wurde. Dieser Wettbewerb wurde ursprünglich eingeführt, um auch in der fußballfreien Zeit Toto-Wetten anbieten zu können. Ja, der Wettbewerb existiert nur, damit ein Wettanbieter auch in der Sommerpause Geld macht. Der Wettbewerb galt ab 1995 als dritthöchster europäischer Wettbewerb hinter UEFA Champs League und des UEFA Pokals. Teilnehmen durften Teams, die knapp an der Quali für den Europapokal gescheitert waren. Aus diesem Grund wurde dieser Wettbewerb umgangssprachig auch Strohhalm Cup, Trost Cup oder Cup der guten Hoffnungen genannt. Der Pokal wurde Ende der 2000er Jahre eingestampft, nachdem die Teilnehmerzahl in der neu geschaffene UEFA Europa League erhöht wurde. Wie der Pokalmodus so funktioniert, habe ich auch nicht so ganz verstanden. Anfangs irgendwas mit Gruppen oder Gruppensieger ist gleichzeitig Turniersieger, deshalb auch 1968 gleichzeitig 14 Mannschaften UEFA Cup Sieger wurden. Am Ende hat man so mit Regionen gearbeitet, Nordeuropa, Mitteleuropa, Südeuropa und so weiter, aber trotzdem war das Turnier ein bisschen komisch und hatte überhaupt keinen Wert. Die Rekordsieger des UEFA Intertoto Pokals sind mit jeweils zwei, der FC Schalke 04, der VfB Stuttgart, der HSV und der FC Villareal. Und ewigen Tabellenplatz 1 ist der kroatische Fußballverein Slaven Belupu und dahinter ist der HSV. Nummer 4, DFL Liga Pokal. Wir kennen alle den englischen League Cup, aber wusstet ihr, dass auch hier in Deutschland mal ein Liga Pokal existierte? Der DFL Liga Pokal, offiziell ab 2005 Premiere Liga Pokal, war ein von 1997 bis 2007 bestehender dritter Fußballwettbewerb in Deutschland, der als ein einwichtiges Mini-Turnier in der Sommerpause bekannt war. Auch wenn es der drittwichtigste Titel Deutschlands war, war die sportliche Bedeutung des Wettbewerbs gering. Finanziell war die aber sehr lukrativ. Für ein Preisgeld von insgesamt 5,2 Millionen Euro war die unnötige Veranstaltung für teilnehmende Teams jedoch sehr attraktiv. Irgendwann aber verschwand immer mehr das Zuschauerinteresse und der Sinn hinter diesem Liga Pokal wurde regelmäßig in Frage gestellt. 2007 wurde dieser Liga Pokal komplett abgeschafft und durch den DFL Superpokal ersetzt. Bis heute wird weiterhin darüber diskutiert, diesen Wettbewerb wieder zurückzuholen und mit dem Telekom Cup gibt es einen inoffiziellen Nachfolger. Rekordsieger des Turniers war der FC Bayern München mit 6 und dahinter Hertha BSC und der HSV mit 2 Trophäen. Nummer 3, DFB Hallenpokal. Ein Turnier, den sich viele Fußballfans zurückwünschen, ist der DFB Hallenpokal. Der DFB Hallenpokal war ein Wettbewerb im Hallenfußball, der von 1988 bis 2001 unter der Führung des Deutschen Fußballbundes DFB ausgetragen wurde. Teilnehmen durften sowohl Profimannschaften aus der 1. und 2. Fußballbundesliga, aber auch Amateurmannschaften oder Vereine aus dem Ausland. Die Ideen hinter dem DFB Hallenpokal war es, die lange Winterpause mit interessanten Hallenfußball zu überbrücken. Am Turnier nahmen echte Spitzenmannschaften aus der Bundesliga teil, inklusive deren Spieler. Hier jedoch gab es ein Problem. Da die Verletzungsgefahr in der Halle zu groß war, sind manche Profis zu Hause geblieben oder ganze Mannschaften haben sich geweigert daran teilzunehmen, da es ein unnötiges Risiko darstellt. Irgendwann ging auch deshalb das Zuschauerinteresse am Hallenfußball und dem Turnier zurück und das Turnier hat sich kaum noch gelohnt. Mehrere Mannschaften konnten dieses Turnier gewinnen, nur der BVB schafft es mehrmals. Nummer 2, FIFA Konfett Cup. Viele werden ihn sicherlich noch kennen. Den FIFA Konfett Cup. Der FIFA Konfederationenpokal ist ein internationaler Fußballbewerb für Herren Nationalmannschaften, der 1992 gegründet und 2019 abgeschafft wurde. Teilnahmeberechtigt waren die aktuellen Champions der sechs Kontinentalverbände, der amtierende Fußballweltmeister und der Gastgeber der nächsten anstehenden Fußballweltmeisterschaft. Hätte es den FIFA Konfett Cup 2022 noch gegeben, dann sehe so das Turnier aus. Da Katar als Gastgeber gesetzt ist, würde Japan als Vize-Asienmeister teilnehmen. Dieses Turnier findet immer ein Jahr vor der nächsten Weltmeisterschaft statt und wird so als Art Test-WM genutzt. Beispielsweise wurde 2017 dort das allererste Mal der Videobeweis getestet, bevor man ihn 2018 bei der Weltmeisterschaft in Russland erstmals einführte. Nach der letzten Austragung im Jahr 2017 wurde der Wettbewerb zugunsten einer ab 2021 erweiterten FIFA-Club-Weltmeisterschaft abgeschafft. Als Test-Turnier wurde 2021 der FIFA Arab Cup genutzt und mit dem Conmebol UEFA Cup of Champions hat man einen viel hochwertigeren Ersatz gefunden. Amtierender Sieger ist natürlich Deutschland und Rekordsieger ist Brasilien mit 4. Nummer 1. Europapokal der Pokalsieger Der Europapokal der Pokalsieger war ein von der UEFA organisierter europäischer Wettbewerb für Fußballvereine, der zwischen 1960 bis 1999 ausgetragen wurde. Der Wettbewerb hat keine Gruppenphase, sondern passend zu seinem Konzept ist es ein reiner Pokalwettbewerb, der direkt mit der K.O.-Runde startet. Als 1971 aber der UEFA Cup eingeführt wurde, verlor der Wettbewerb eine Bedeutung. Meistens spielten nicht mehr die echten Pokalsieger im Wettbewerb, sondern die Verlierer am Pokalfinale oder Halbfinale. Denn finde mal einen Pokalsieger, der sich nicht über die Liga für Europa qualifiziert hat. Hätte es den Wettbewerb bis heute noch gegeben, dann hätte Holstein Kiel 2021, der 1. FC Saarbrücken 2020 und der HSV 2019 international gespielt. Für uns Deutsche wäre es zwar echt interessant, aber auf der breiten internationalen Masse gesehen, möchte keiner Holstein Kiel gegen Sligo Rovers, FC Metz gegen Rio Awe, Lokomotive Zagreb gegen FK Maripool oder Wolfsberger Azi gegen Sarajevo sehen. Aufgrund des Mangels an Bedeutung und des Fehlen an Zuschauerinteresse und dass das Turnier eigentlich Cup der Cupwinner heißt und nichts mehr mit Cupwinner zu tun hat, wurde dieser Wettbewerb 1999 von der UEFA abgeschafft. Ja Leute, das waren alle 6. Welchen Wettbewerb würdet ihr gerne wieder zurückwünschen von dieser Liste? Welchen nicht? Schreibt eure Meinung gerne in den Kommentaren. Wenn ihr wissen wollt, was die unnötigsten Transfers aller Zeiten waren oder wer die beste Nummer 2 in seiner Stadt ist, dann klickt hier in der Endcard. Dort könnt ihr auch meinen Kanal abonnieren und auf die Glocke drücken, damit ihr keines meines Videos verpasst. Das war's in dem Video, bis zum nächsten Mal und ciao.